Herzlich Willkommen zu einem neuen Kerntutorial, in dem wir uns die stehende Abduktion anschauen. Hier bei uns in Saarlouis von GYM80 aus der pure Kraft-Serie, sprich Plate Loaded, ist eine der Geräte, die das viele Mitglieder sicherlich überrascht hat, dass es im Rahmen unseres Umzugs überhaupt in der Geräteauswahl war, weil es auf den ersten Blick so ein bisschen stumpf ist, so eine stehende Abduktion, einfach um irgendwie seinen Body zu trainieren. Ich finde aus zwei Gründen die Übung sehr, sehr interessant. Zunächst noch mal so ein bisschen zum Background, stehende Abduktion bedeutet ja, ich trainiere, die Hüfte in der Abduktion, also hauptsächlich Cluteus, Medius und Minimus, also der mittlere und der kleine Gesäßmuskel und es gibt einen weiteren Abduktor, nämlich den Tensor. Der Tensor ist allerdings gleichzeitig noch ein Beuger und die anderen beiden sind gleichzeitig ein Strecker. Also das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Muskeln in manchen Bewegungen Synergisten sein können und in anderen Bewegungen Antagonisten. Und jetzt hat man bei vielen Abduktionsübungen, wenn man jetzt beispielsweise an einem Seilzug mit so einer Fußfessel eine stehende Abduktion nach außen macht oder auch Lateral Walks mit einem Miniband oder so, dann hat man immer so ein bisschen das Risiko, dass man mit der Abduktion auch ein bisschen in eine Flexion, also in eine Beugung geht und dann der Tensor stärker arbeitet. Manchen macht das mittelfristig sogar richtig Probleme an der Hüfte. Aber kurzfristig ist es in jedem Fall so, dass man nicht die Muskulatur trifft, die man eigentlich treffen möchte. Und das haben wir einfach bei dieser Maschine nicht, weil wir das ein bisschen ausschließen können. Dadurch, dass wir in einer leicht gebeugten Position in der Hüfte sind, ist ja der Tensor ein bisschen angenähert und arbeitet dadurch weniger. Also ich treffe definitiv mehr die Gesäßmuskulatur. Kurz zu den Einstellungen, dann zur Ausführung. Es gibt wie so oft hier Pins, um Scheiben wegzuhängen und die Pins, um die Maschine zu beladen. Dann gibt es hier unten gibt es Stifte, um Superbands ranzumachen und damit ja die Kraftkurve zu verändern, weil es auch hier, das sehen wir gleich, in der Kraftkurve immer so ein kleines Risiko gibt. Sehen wir aber gleich. Letzte Einstellung ist die Ausgangsposition der Polster. Einfach hier rausziehen, wie bei allen Abduktionen, kann man es quasi weiter nach außen stellen, was in meinen Augen aber eine relativ unnötige Einstellung ist, außer bei manchen Problematiken. Im Regelfall ist es einfach immer die Eins. Sonst gibt es nichts einzustellen. Von der Ausführung geht ihr her, geht hier hoch, stellt euch auf diese Fußflächen, sodass die Unterschenkel sauber hier am Polster liegen greift, setzt euch ein bisschen nach hinten ab. Erstmal so, dass die Hüfte minimal höher ist als die Knie, haltet euch fest, lehnt euch auch leicht nach hinten, sodass, wenn ihr loslassen würdet, ihr eigentlich nach hinten fallt. Schaut, dass die Lendenwirbelsäule neutral ist. Auch hier, Neutralität bedeutet weder Einrunden noch ein ganz extremes Hohlkreuz. Also wir wollen einen neutralen Rumpf, wie immer, wie beim Kreuzheben und so weiter, Bauchspannung, Lendenwirbelsäule neutral. Und drückt jetzt hier oben gegen dieses Pad nach außen so weit wie möglich raus, lasst es langsam kontrolliert kommen und drückt so weit wie möglich raus. Langsam kommen lassen. Vor allen Dingen wichtig eben diese Kontrolle am äußeren Punkt. Und dann am Ende wieder absetzen und einfach kurz lösen. Kurz zu den häufigsten Fehlerbilder. Fehlerbild Nummer eins ist oft das Tempo in der Konzentrik. Also dass man viel zu schnell rausgeht, was dazu führt, dass einem die Maschine so ein bisschen abhaut. Also man hat dann außen so einen kurzen Moment, wo die Maschine quasi nach außen wegfliegt. Dann kommt sie wieder gegen das Bein und kommt dann raus. Das ist Fehlerbild Nummer eins. Und das ist auch das, was ich mit einem Superband korrigieren könnte, weil ich die Kraftkurve so verändern kann, dass je weiter ihr nach außen geht, ihr immer mehr Widerstand bekommt. Und dann habt ihr quasi mehr Peak Contraction, also mehr Spannung an dem äußeren Punkt. Und ihr habt zumindest von der Wahrscheinlichkeit her weniger Risiko, dass euch das nach außen abhaut. Fehlerbild Nummer zwei ist, dass ihr mehr mit den Füßen schiebt. Was ihr einfach daran merkt, dass hier oben der Unterschenkel vom Polster wegkommt. Sieht dann so aus. Führt auch ganz oft dazu, dass quasi das am äußeren Punkt auch irgendwie unkontrolliert wird. Sowas. Das wollen wir nicht. Also schiebt wirklich oben kontrolliert, soweit es euch möglich ist, nach außen raus. Und das sind auch tatsächlich die einzigen Fehlerbilder, die es so wirklich gibt. Was es jetzt als Variante gibt, ist mit dem Po ein bisschen höher beziehungsweise ein bisschen tiefer zu gehen. Für mich gibt es eine Standardausführung und die sieht tatsächlich so aus, dass wir mit der Hüfte ein bisschen höher sind als mit dem Knie. Ich persönlich würde maximal auf 90 Grad gehen. Dann habe ich hier wieder ein bisschen das Risiko, dass die Lendenwirbelsäule neutral ist. Und dann nach außen rausgehen. Man könnte aber durchaus auch ein bisschen höher bleiben und dann nach außen rausgehen. Und wenn ihr jetzt das nötige Körpergefühl habt und weil ihr auf diesem Channel seid, habt ihr das, spürt ihr, dass sich die Muskelanteile, die arbeiten, ein bisschen verschieben. Aber es ist wirklich ein marginaler Unterschied. Ich persönlich würde einfach in der Standardausführung bleiben. Hüfte minimal höher als die Knie. Das ist eigentlich eine ähnliche Startposition, sage ich ganz gern, wie beim ganz normalen Conventional Deadlift. Da haben wir quasi gleiche Ausgangsposition. So, jetzt, wie schon gesagt, wir haben primär Gesäßmuskulatur, die wir trainieren. Das kann jetzt aus zwei Gründen ganz interessant sein. Und das erste, was für mich auch der wichtigere Grund, ist ein gesundheitlicher. Und das haben wir schon vor ein paar Wochen gehabt bei dem Krafttraining für Läufer Video, dass der Gluteus Medius ein ganz entscheidender Muskel ist für Läufer wegen der Stabilität, auch der Beinachse und so weiter. Könnt ihr euch, wenn ihr es nicht gesehen habt, im Nachgang nochmal anschauen. Das wäre einfach eine gute Möglichkeit, in euer ganz normales Krafttraining als Assistenzübung eben eine Übung einzubauen, die genau darauf geht. Sie hat eine Auswirkung, wie schon gesagt, auf die Beinachse, auf das Becken, hat eine indirekte Auswirkung auch damit auf den unteren Rücken, auf die Stabilität der Lendenwirbelsäule. Also es gibt ganz, ganz viele gesundheitliche Vorteile. Vorteil Nummer zwei ist einfach der, dass ich nochmal über eine andere Bewegungsrichtung mehr Volumen in mein Gesäßtraining bringen kann. Und Grundsatz, Volumen schafft Volumen. Wenn also das Ziel ist, die Gesäßmuskulatur aufzubauen, zur Hypertrophie zu bringen, aus einem optischen Grund, dann ist natürlich eine Grundübung immer im Fokus. Sowas wie ein Deadlift, ein Romanian Deadlift, ein Lunch, ein Squat. Und dann habe ich ja Assistenzübungen. Das können Kickbacks sein, das könnten auch Hip-Thrusts sein, wo wir auch vor längerem schon ein Video gemacht haben. Oder eben, um in eine andere Bewegungsrichtung reinzubringen, halt eine stehende Abduktion. Das ist einfach eine sehr schöne Assistenzübung zusätzlich zu den Grundübungen. So, jetzt vielleicht die entscheidende Frage, warum zur Hölle jetzt stehend? Weil im Grunde genommen ist man ja, wenn man es jetzt mit einer ganz normalen sitzenden Abduktion vergleicht, in quasi der gleichen Position. Und das ist auch so, für mich persönlich ist der Hauptgrund der, dass ich ein bisschen spielen kann und schauen kann, wann spüre ich es am meisten, also wann treffe ich die Zielmuskulatur wirklich am besten. Aber der Hauptgrund ist der, dass ich nicht auf dem Gluteus drauf sitze. Also wenn ich auf eine Muskel drauf drücke oder drauf sitze in diesem Fall, dann habe ich ganz oft das Problem, dass ich ihn nicht so gut rekrutieren kann, weil er einfach diesen Druck hat. Sodass viele in der sitzenden Abduktion ihn einfach nicht so gut spüren, wie in der stehenden Abduktion. Was ja auch schon dazu geführt hat auf Social Media, dass viele die sitzende Variante einfach als stehende irgendwie missbrauchen und sich irgendwie vorne festhalten und dann irgendwelche wilden Sachen machen. Das braucht man ja nicht, weil wir es direkt in der stehenden Variante haben. Heißt kurz zusammengefasst, für mich gibt es keinen Vorteil der sitzenden gegenüber der stehenden. Aber es gibt zwei Vorteile der stehenden gegenüber der sitzenden. Was für mich mit auch ein Grund war, dass wir uns eben dafür entschieden haben. Bedeutet zusammengefasst, sowohl gesundheitlich als auch bei optischen Trainingszielen definitiv gut, wichtig. Unabhängig des Geschlechts sieht man natürlich tendenziell mehr bei Frauen. Aber es ist wirklich für beide Geschlechter einfach eine extrem empfehlenswerte Übung. Bis dahin!